Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Battle Worms Clan Wars. Nachdem ich in der letzten Folge Krischi vernichtend geschlagen habe, mit einem Wurm fünf Würmer vernichtet, wollte er unbedingt Revanche, wollte er nicht auf sich sitzen lassen. Die gewähre ich ihm natürlich, aber natürlich erstmal moin moin Krischi. Aber heute mal was Besonderes. Wir haben uns unseren eigenen Spielmodus zusammengebastelt. BGIF nennt er sich, für Because Gaming is Fun natürlich. Und ja, da haben wir ein paar benutzerdefinierte Regeln drin. Also welche Waffen haben wir ab wann, wie häufig. Sonst ist da glaube ich gar nicht so groß, was Außergewöhnliches drin, oder? Wir haben Armageddon reingeprockt nach der Maximalanzahl an Runden, also nach neun. Stimmt. Ja, also zeigen wir euch am besten Ingame. Wir gehen direkt rein. Also wir haben eigentlich fast alle Waffen drin, allerdings nicht direkt von Anfang an, sondern halt mit einer gewissen Verzögerung. Ich will... Also das Setting. Äh. 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 Ich? Natürlich. Denke ich nicht. Na egal. Gut, lassen wir das. Aber nochmal. Ich will diese Blümchen mit meinem Armageddon vernichten. Nein. Zum Armageddon werden wir gar nicht kommen, weil du vorher schon längst draufge... Oh, das sieht geil aus. Ja. Das sieht euch geil aus. Sag ich doch, das sieht geil aus. HTI auch. HITTI TE! HITTI! Immer muss man sich durchsetzen hier. Okay. Die beiden würden wir tagsüber nach unten links gefallen, aber schonmal gar nicht. Der da oben rechts gefällt mir, der da ganz unten rechts gefällt mir überhaupt nicht. Oh Gott, diese zwei unten rechts gefällt mir gar nicht. Wer fängt an? Wer fängt an? Wer fängt an? Er lädt noch. Ich fange an mit ihm da. Alles klar. Erstmal den Safe-Kill machen, wa? Ja, erst mal den einen umbringen. Also hier seht ihr einmal, wir haben 150 Leben. Genau, das ist ein bisschen besonders. Dann haben wir hier eigentlich fast alle Waffen zur Auswahl. Allerdings bei einigen Waffen haben wir eine gewisse Verzögerung reingesetzt. Zum Beispiel eine Heilige Handgranate haben wir es nach 5 Runden. Eine Bananenbombe nach 6 Runden. Den Esel haben wir nach 7 Runden eingestellt. Genauso wie das Superschaf und Armageddon nach 9 Runden. Meine Würmer stehen absolut scheiße. Ja, meine stehen auch nicht so super. Und jetzt machen wir hier erstmal den Safe-Kill bei Krishy. Oh Gott, das gibt keinen Sturzschaden. Sehr gut. Ach nee, warte mal. Ich bin blau, du bist rot. Ja. Eben war es noch andersrum. Ja, meine Würmer stehen besser als deine, das stimmt. Alter, was geht denn da unten bei deinem Fetten in der Mitte ab? Mit den Kisten. Ja, geil, ne? Nee, finde ich nicht so. Benutze jetzt gleich den ersten, den ein und einzigen... Eines wird nicht so, der nächstes wird nicht so, der geht so hoch. Der würde gegen die Kante fallen. Das stimmt. Oh, erstmal das 1 von 2 Dynamit verschwenden. Also wenn ich mich jetzt da hinten hinstelle, kannst du mich über die Kante haben. Wenn ich mich da hinstelle, muss ich ins Wasser sprengen. Hehehe. Bedenke, dass der Wurm gerade erst dran war, also... Na ja, das passt trotzdem ganz anders. Oh man, Schrotflinte. Ach schade, ich dachte jetzt über den Kopf drüber. Ah! Ich wollte mich zu weit rauszoomen, dann sieht man nix mehr. Nee, das stimmt. So, Supplies. Health Kisten. Oh. Oh, ne. Boah, er kommt auf die gleiche Idee wie ich. Fuck. Ich hab mich schon überlegt, was ich mit dem Roten mache, damit ich den Blauen da wegkriege, bis ich irgendwann geschnallt habe. Du bist ja... Also ich hab aber noch keine Idee, wie ich beide von dir jetzt wegkriegen soll. Ich wollte nur erstmal weit weg vom Wasser. Wasser. Du hättest ne Idee, wie du beide wegbekommen könntest? Ja. Wollen wir das mal überlegen. Ich kann sogar das Waffenmenü aufrufen. Ich kann mal gucken. Würdest du denn beide wegmachen wollen? Wenn man nicht überfragt, muss ich gestehen. So, da nehme ich es auch in Kauf, dass ich hier eventuell ordentlich aufs Maul kriege von der Kiste. Nein! Verdammt! Nein, danke, ey. Wie wär denn deine Idee gewesen, wenn ich fragen darf? Ich hätte die Wasserpistole genommen. Ah! Die Wasserpistole, ja. Ja, ne, gut. Da gebe ich zu, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Gut, ich hatte auch ne Runde mehr als Zeit, drüber nachzudenken. Alter, meine Würmer stehen aber echt ganz schön scheiße. Pff. Die Frage ist... Oh, das seh ich ja jetzt erst. Krischi, ich hätte an deiner Stelle was anderes gemacht gehabt, in deiner letzten Runde. In meiner letzten? Ja. Okay. In dem Wasser liegt ne Mine. Ah, die hab ich gar nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Eben gerade erst. Oh, oh. Oh, oh. Nix. Nein! Oh, oh. Oh, 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 nein! Oh, Schwein gehabt. Fuck. Hui! Ah, doch nicht der Fettsack. Nein, meine Kisten. Nix da. Du kleine. Das sind meine. Nix da. Weg da. Boah, jetzt liegt da noch irgendwo ne Mine, die ich jetzt übersehe, ey. Warte, stopp, 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 da ist die Mine. Ich hab sie aber auch nicht gesehen. Hm. Was machen wir jetzt mit dem Wurm hier unten? Echt schwierig gerade. Da wirst du? Da rüber komme ich nicht. Wenn ich mit allem, was ich machen könnte, würde ich mich selber treten. Das ist jetzt gerade so leicht ungünstig, muss ich sehen. Das hätte ich an seiner Stelle gemacht. Das klappt. Wir werden es herausfinden. Oh, oh. Waterdrop. Ach, er will mich wegspülen. Ne, das wird nicht klappen. Oh, oh. Und wie das klappt. Bullshit. Jawohl. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Was hättest du gemacht? Luftangriff irgendwie auf den da oben oder so, oder? Luftangriff ist erst in einer Runde verfügbar. Äh. Achso, für mich war es schon freigeschaltet, da ich halt erst in einer Runde dran bin. Ich war es gesperrt. Aber die Wasserbomben gingen halt schon. Was kommt jetzt? Oh, oh. Bullshit. Oh, er ist tot. Also wenn er nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, genau. Der hat schon was? Nur 89? 80? Bullshit. Bullshit. Da kommst du nicht hoch. Scheiße, da kommt er hoch. Oh, das könnte wehtun. Was zum Teufel? Will er das Dynamite jetzt benutzen oder was? Ich will nicht noch, ob das so klug ist. Ich weiß ja auch nicht, du. Ah, er kriegt doch Fallschaden. Nein. Also das Sterben wird auf keinen Fall. Ah, fackel dich doch noch selbst ab. Ja, sehr gut. Alter, 91 der Mensch. Uiuiui. Läuft. Supply. Ja, genau. Alter, was ist das da für eine Full-Warmage-Area. Probewerden wir uns auch nochmal, ne? Schönes Dynamite, sag ich mir, Nein zu. Hey! So ein leichter Lag ist aber im Spiel, ne? Bei mir hast du das, du hast gesagt, so ein schöner Dynamite, sag ich mir, nein, bevor du überhaupt die Kiste eingesammelt hast. Ja, ich bin mit dem Scout unterwegs. Der sieht ja, was in den Kisten drin ist. Ah, okay. Ich wollte schon gerade sagen. Bei mir, du sagst, oh, und Dynamite, sag ich mir, Nein zu. Bei mir hast du die Kiste noch nicht mehr erreicht. Ich denke, boh. Ja, ne, das liegt am, äh, Scout. Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht hier. Oh, oh. Nein, 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 Sascha, wir sind doch Freunde. Wir können friedlich koexistieren. Tu es nicht! Das willst du gar nicht! Wow. Alles safe. Wow! Bullshit! Alles safe. Ja, natürlich, und jetzt geht das Feuer aus. Willst du mich verarschen? Bullshit! Toll. Sehr gut. Ne, nicht gut. Hm. Einer versuchen. Funktioniert nicht. Noch ein Versuch. Lol. Alter, wie viel Benzin haben wir denn dafür? Ähm, wie mache ich dir jetzt? 60 Damage. Gar nicht! Warum hast du noch ein Dynamit? Weil wir zwei haben. Ah, stimmt, da oben hattest du ja gar keinst benutzt. Lol. Oh, genau, 59. Du kleiner Scheißlacker. Gott sei Dank. Das sind zwei Würmer, die da sonst draufgekriegt werden. Das war mir sogar das Dynamit wert. Ah, ich habe gehofft, du wer siehst, die Mine. Er habe ich nicht übersehen, darum bin ich ganz vorsichtig hingegangen. Ähm, vielleicht auch noch kurz. Wir haben eingestellt, dass die Minen eine zufällige Explosionszeit haben und Blindgänger sind ein. Also, wenn man Glück hat, kann man locker über so eine Mine drüberlaufen. Wenn man Pech hat, macht es sofort Bum. Ja, das stimmt. Hast du dich gut hingestellt, danke schön. Ah, das ist drin. Alter. Alter. Aber die zerprallt das ja auch nicht irgendwann. Schade. Kooooooon. Ja, sehr gut. Fünf gegen sechs noch. Ist welcher? Oh, oh. Das könnte Aua machen. Frage ist, hol ich mir die Kiste oder nutze ich die? Für meine Zwecke. Die ist zu weit weg. Jetzt werden wir gleich sehen, ob die zu weit weg ist. Ah, ich wusste es. Aua. Autsch. Diese innere Befriedigung. Oh, 113 Damage, ey, ja sicher. Sascha, da ist eine Kiste für dich. Hol sie die. Komm, schnapp sie die. Oh, oh. So. Was machen wir da jetzt? Nix. Bitte. Ich hab noch alles, was so irgendwie Schaden macht. Alles, was Bomben macht. Trotzdem machen wir es so. Yay, Spannung. Blindgänger. Shit. Sehr gut. Aber das Wasser hat die Explosion ein bisschen nicht gedämpft. Nee, nee, nee. Ich hab erst nur die 47 gesehen. Dacht, oh Gott sei Dank. Aber, äh. Wer ist dran? Achso, er ist dran. Was von kein Bullshit stelle ich jetzt an? Gar kein. Okay, da liegt eine Mine. Nein, das waren Blindgänger. Beim Min. Alter, da liegt ein Marsch. Hä? Da liegt noch eine. Welche Mine sind die da oben drauf, oder was? Oder welche zweite meinst du jetzt? Ja, die meine ich. Die beiden. Ja, gut. Hast du noch sechs Sekunden, ne? Nein, das war nur fünf Sekunden. Nein. Au. Irgendwas musste ich jetzt machen, man. Der Über-Damage. Oh, ja, Junge. Mega. Ja, geil. Ja, ah. Ey, Maus, nicht hängenbleiben. Jetzt nimmt da auch das Wasser. Damit hab ich in der ersten Runde schon gerechnet. Das war so klar. Komm, komm. Stopp, stopp, stopp. Bullshit, ey. Hey, bleib mal da unten drin. Jetzt auch gar nicht raus. Oh, warum glaub ich, dass ich weiß, was jetzt kommt? Ich will den H-25. Was noch? Nee. Das könnte klappen. Huch. Was kommt jetzt? Flammenwerfer? Nee. Hallo. Das ist so lame. Oh, was denn Bullshit hier, ey. Hier ist doch immer ein Blümchen. Da muss man doch ganz friedlich sein. So viele Waffenkisten, die du mittlerweile aufgesammelt hast, hat schon auch genug, um keine Ahnung, was zu machen. Bullshit zu machen. Jede Menge Bullshit. Oh, oh. I dislike a lot. Uncool. Aua. Und auch noch ums Schwimmen gehen, find ich gut. Nee, nicht gut. Du weißt, dass du sie haben. Du weißt, dass du sie haben. Aber mir ist aufgefallen, wir haben ja Waffen... Spiel ruhig weiter. Ach so, okay. Wir haben ja Waffeneinstellungen gemacht, aber so wie bei Worms 2, die einzelne Stärke einer Waffe, kann man nicht mehr einstellen. Ging gar nicht? Nee, das ging überhaupt nicht. Oh, oh. Aua. Das war, glaube ich, ein Scout. Ja. Das Lüfte gereicht haben. Ja, 138. Boah, 138. Ja, alles ist klar. Läuft, der ist weg. Gut. So. Was machen wir mit dir jetzt mal hier Schönes? Was kommt dir jetzt? Oh, ne, ich halte die Oma. Ich hoffe mal, das reicht. Ich hoffe, die Klettere jetzt rüber und läuft sie hier. Gott sei Dank. Oh, damn it. Was war das? Warum ist sie denn so weit weggerannt? Was war das? Man kann sie furzen lassen, damit sie... Mit Enter, oder wie? Mit Leertaste. Oh, kacke. Warum explodiert ihr den so weit weg? Bullshit, ey. Der kommt doch sogar raus. Das läuft noch nicht so ganz bei mir, though. Triss nicht. Ja, aber triffst doch. Die ich getroffen habe. Warum hat das in der letzten Runde nicht geklappt? Eins und Schuss, und du bist weg gewesen. Sprechen habe ich 20 Runden gar nichts getroffen. So, was machen wir hier jetzt? Was kommt jetzt? Ich weiß es noch nicht so ganz. Okay. Also Sascha, hast du da noch nie Ahnung, ob es los ist? So, komm! Gib Stille hier! Gib Stille, gib Stille, gib Stille, gib Stille, gib Stille! Ohhhhhhh! Ohhhhh! Bin! Alles klar! Äh, nein! Komm! Ah, keine Ahnung! Oh oh! Oh! Alter, wo fliegt der denn ganz hinten? Alter! Ja sicher! Der ist ein Wunsch! Ah, du kommst dann auf die Idee! LOL! Ja sicher! Ja sicher! Ja sicher! Ja, ich musste den Wurm da irgendwie schnell aus der Schussbahn kriegen, damit der Esel... Warte mal, was hast du denn jetzt? Oh oh oh! Warte mal, was hast du denn jetzt? Du durftest eigentlich nur noch die Oma haben, die Ohren. Oder? Oh, das wird nicht gut gehen, glaube ich. Halt ab, warum hab ich dir das erzählt? Komm, schön in der Mitte! Ja gut! Dem Schaden kann ich leben! Alter, was sind da für Löcher in dem Graben, ey! Die Karte, allgemein, du siehst kaum noch ein bisschen raus, ey! Warte mal. Das ist der Pressen von allen. Was machen wir denn jetzt? Der ist der Pressen von allen. Ich verspreide, ich bin wirklich freundlich. Komm. Meine stehen im Vergleich zu dir ein bisschen geschützt. Ich bin auch mal gedacht. Ich wusste es. Ja, geil. Erst vor mich selbst treffen. Alter. Bullshit. Alter. Schütz gibt es bei Apageddon nicht. Alter! Ja sicher. Wir haben gleich kein Level mehr. Das ist wahr. Vielleicht treffe ich mehr als dich. Das ist gar nicht so cool. Boah. Ich glaube, der 200er hat... Der 200er hat er überhaupt nicht getroffen. Bullshit. So, warte mal. Alter. Hat sich das jetzt an Nidamage gemacht? Ja, Siggi. Ja sicher, und deiner überlebt mit einem. Willst du mich verarschen? Den 200er habe ich echt überhaupt... Oh. Bullshit. Bullshit, sagt der Bullshit. Boah, ey. Und der Einer ist dran. Sehr gut. Doppelder Bullshit. Sascha, heute nicht. Tut mir leid. Nein! Ich mach dich auch mit... Ich mach dich auch mit dem Einer Platz. Was? Ich hab dich auch mit dem Amageddon so viel Arbeit abgenommen, ne? Die Karte aussieht, ey. Jetzt ist die große Frage. Wie mach ich drei Würmer von dir mit einem Einer Wurm von mir platt? Gar nicht. Doch, das krieg ich irgendwie hin. Nein. Nicht nochmal so ne Scheiße wie letzte Runde. Doch, doch, doch. Das krieg ich hin. Nein. Nein, nein, nein. Das kriegst du nicht hin. Das wird nix. Nie im Leben. Nein. Ah, Bullshit. Warte mal. Doch, den hast du schon benutzt. Ich darf mich jetzt nur nicht irren. Du hörst dich sehr gewaltig. Du hast deinen Wurmwechsel schon benutzt. Neeeeeeen! Komm! Nein! Ja, jetzt grad merke ich, dass es richtig blöd war, weil du genau das gleiche jetzt machen kannst. Ja, eben. War auch super scharf. Alle Holznudeln. Das ist schlecht jetzt. Du bist so inkompetent, das zu benutzen. Ich muss dir einen Schaden machen. Nein! 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 Öde! Das ist nicht. Öde! Jawohl. Geht doch. Ach, Manno. Alter, du hast mit deinem scheiß Armageddon 841 Schaden gemacht über die Karte verteilt. Und 1138 eingesteckt. Der meiste Schaden in einem Zug 627. Das wird das Armageddon gewesen sein. Ja. Zorro hat 361 Schaden angerichtet. Jawohl. Er hat 250 Schaden angerichtet. Skyrim hat zwei Gegner eliminiert. Oh ja, gut. Da hat Krischi seine Revanche bekommen. Ich danke euch jetzt vielmals fürs Zusehen. Seelenfrieden ist wieder hergestellt. Wie bitte? Mein Seelenfrieden ist wieder hergestellt. Achso. Ja. Gut, Leute. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder zu Worms Clermos ein. Würde mich freuen. Haut rein. Schönen Tag wünsche ich euch noch. Tschö.